Oh Tannenbaum, der Doktor sitzt im Kofferraum. Die Schwester ruft die Polizei. Die Polizei kommt nacky doll. Ach, da sind Sie ja. Tja, da bin ich ja. Ich bin Fräulein Engel. Genau, so sehen Sie aus. Ich hab Sie eigentlich früher erwartet. Nun ja, Sie wissen ja, wie das so ist. Ach, aber doch nicht dahin. Das ist doch die Garderobe für unsere Patienten. Darf ich? Halt, meine Tasche. Brauchen Sie die nicht? Und ob, ich weiß, das ist meine Lieblingstasche, die geb ich ungern aus der Hand. Darf ich bekannt machen? Das ist die berühmte Schriftstellerin Claudia Carrera. Und das ist Dr. De Witt. Und die was? Die Vertretung von Professor Otto. Was ist? Wollen wir? Es gibt viel zu tun. Packen wir's an. Ja, Herr Doktor. Packen Sie's auf. Noch jüngerer. Das macht wahrscheinlich der Bart. Aber Sie haben doch gar keinen. Ach nee, der ist in der Tasche. Deiner Scherz. Guten Tag. Guten Tag, ich bin Dr. De Witt. Und ich bin Fräulein Engel. Hallo, Fänze. Hallo, Elvis. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Tag, Engelchen. Bin ich zu früh? Nein, nein, Sie kommen gerade richtig. Dr. De Witt erwartet Sie schon. Sie können gleich durchgehen. Wie ist er denn so? Ein Spezialist. Wie ist er denn so? Oh, der ist so. Wie ist es? Wie ist er denn so? Wie ist es? Wie ist er denn so? Untertitelung des ZDF, 2020